Sarafina Wollny, 28, enthüllt nun alle Details. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Mann Peter, 30, sind bereits Eltern von Zwillingen. Die beiden Jungs Kasai, 2, und Emory, 2, durften sich vor wenigen Tagen über ein Geschwisterchen freuen. Das Geschlecht sowie der Name des Neugeborenen wurde in dem Verkündungsposting der Geburt von Oma Sylvia Wollny, 58, noch nicht verraten. Doch jetzt ist alles bekannt. Sarafina ist Mutter einer Tochter namens Hob Angel Sylvia geworden. Das offenbart sie mit einem niedlichen Beitrag auf Instagram. Die fünfköpfige Familie posiert total happy zusammen. Dabei helfen die Twins ihren Eltern, die Kleine zu halten. Sarafina und Peter schreiben in der Bildunterschrift aus der Sicht ihrer Söhne, Dürfen wir vorstellen, unsere kleine wunderschöne Schwester Hob Angel Sylvia hat am 23. Juli um 10.28 Uhr mit einem Gewicht von 2700 Gramm und einer Größe von 48 Zentimeter das Licht der Welt erblickt. Die Zwillingsbrüder scheinen kaum glücklicher über ihre kleine Schwester Hob sein zu können. Das ist nicht nur an dem großen Grinsen in ihren Gesichtern zu sehen. Wir werden wundervolle Brüder sein, die sie immer beschützen werden und immer für sie da sein, schreiben Sarafina und Peter weiter. Die Kleine wird schon jetzt über alles geliebt.